Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir machen den siebten Akt Endboss und den achten Akt. So gehen wir zurück. Wir waren ja ein bisschen am mappen im letzten Part und haben sehr schwere Gegner gefunden, angetroffen. Also den Siege Golem habe ich jetzt auch angetroffen und ja, wie man so sagt. Gut, aber dann finden wir dann in Akt natürlich auch. So, wir müssen zur Tundra. Wir müssen zum Endbosch vom siebten Akt. Der war mir jetzt eigentlich so schwer vorgekommen das letzte Mal. Das hatten wir auch ein Minion Bild gehabt. Ich glaube auch ein Necromancer. Genau weiss ich das nicht mehr, aber das ist sicher schon vier, fünf Monate her. Ich weiss nicht genau, wann 0.7.7 rauskam, aber da hatten wir ja den relativ schnell gemacht. Den neuen Akt habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Der ist jetzt auch schon ungefähr so zwei Wochen draussen, weil er halt natürlich auch nochmals unbroncierter war. Ja, das Problem mit dem Bronzing, das hat Last Epoch eigentlich irgendwie mehr. Also man hat irgendwie so das Gefühl, ja die Entwickler, die bronzieren immer wie weniger gut. Das ist ein Kritikpunkt, aber es ist nicht so schlimm. Also es macht auch Spass zu verlieren, zu sterben. Ja. Sonst hätte ich ja natürlich dann auch irgendwie schnell Langeweile, wenn ich jetzt nicht mehr ins Endgame kommen würde. Also wirklich in Richtung Level 100 gehen würde. Ich liebe es sogar nicht so weit immer zu kommen. Weil ja, das Endgame halt einfach auch relativ langweilig ist das Grine. Da muss Last Epoch auch noch mal ein bisschen, ein großes Stück besser werden. Wir haben sehr viele Items wirklich dann erst im Endgame droppen lassen und ja, auch vielleicht ein bisschen interessanter machen. Die meisten Bates haben irgendwie so das Gefühl, einfach abhängige Items, aber die sind nicht so interessant, diese Abhängigkeits-Items. Deshalb, ja, sollte das noch mal ein bisschen ausgebaut werden. Ich hoffe, sie bleiben dran. Machen aber alles nicht so unbalanciert, dass man, wenn man es nicht hat, einfach den Bild nicht machen kann. Sollte eigentlich genau das Gegenteil sein. Dass wenn man es noch nicht hat, dass den Bild trotzdem gut spielen kann. Aber eben, das ist genau das gleiche Problem. Die Entwickler helfen halt Diablo 3 nach und Diablo 3 hatte dieses Problem. Also, ist Last Epoch leider meistens nur das, dass es einem relativ schlechten und dafür noch casual Game nachheft. Und jetzt wurde in letzter Zeit Diablo 4 extrem gelobt, weil es andere Wege geht. Also, wie es so geht, Last Epoch nicht auch den Diablo 4-Weg jetzt endlich schon schnell, dass sie früher dran sind, dass, ja, Diablo 3, äh, Diablo 4 gar nicht mal so extrem Erfolg hat. Also, endlich mal ein Entwickler an der Front ist, der wirklich gute Action-Rundspiel, also Hack and Slay's macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass jetzt Last Epoch Diablo 3 nachheft, sondern Diablo 2 und so weiter wird halt Last Epoch auch am wenig, äh, weniger interessant dann plötzlich. Also, ich liebe Last Epoch. Ich spiele es ja eben deshalb so gut, weil es ja relativ oldschoolig ist und so. Aber wenn jetzt wirklich die Entwickler meinen, sie müssen Diablo 3 jetzt plötzlich nachheft und nicht Diablo 4 und nicht Diablo 2 mehr, dann bin ich nicht mehr so glücklich. Also, 0.708 ist für mich ein Downtime. Der schlechteste Patch seit, äh, Anfangsbeta. Schade, weil, dass der Fach ist wirklich, ist jetzt immer gut, ja, gewesen. Das heißt, es macht ja Fortschritte, nur es macht irgendwie den falschen Fortschritt. Es entwickelt sich immer mehr zu einem, ja, man sieht Gegner, sie sind zu stark. Man muss farmen, grinden, neue Charakter stellen und so weiter. Dann sieht man wieder neue Gegner, die sind zu stark. Man muss wieder das gleiche machen. Das ist eine Art Arbeitsspiel, das ich nicht gerne habe. Dieses Casual, gegrinde, mag ich nicht. Wenn dann wirklich, ja, ich mache ein Gebiet, sehe einen neuen Gegner, der ist nicht allzu stark, macht aber Spaß, ihn zu besiegen. Ich will auch dort farmen. Ich habe dann Spaß am Farmen, oder? Das macht aber Last Epoch nicht. Das macht genau das Gegenteil. Du willst eigentlich nicht vorwärtskommen, du willst endlich mal fertig werden mit dem Spiel. Du willst mal, ähm, ja, die Sachen wirklich Spaß machen finden. Nur, es macht zwar Spaß, aber es ist halt immer die Arbeit, man will spielen, spielen, spielen und endlich dann mal wirklich ein Leiten zu haben, ein Beet wirklich hoch zu gehen. Und kann es nicht, weil die Gegner immer wie stärker werden. Da ist es möglich. Also wenn ich ein Action-Rollenspiel machen würde, dann würde ich die Gegner nicht allzu unterschiedlich stark machen. Sie auch nicht zu übertrieben oder zu wenig übertrieben machen. Keine, äh, wie sagt man, ähm, ja, Gegner, die einfach kaputt gehen, oder? Also keine unwirksamen Gegner. Zu schwache Gegner, nicht zu starke Gegner machen. Die Items eigentlich auch wirklich, je nach Zeiten, halt stärker machen und weniger stark machen. Und ich würde zum Beispiel, ja, den Content machen und nicht irgendwie auf mega unbalanciertheit machen. Also wenn, dann würde ich echt gerne, äh, das Spiel zuerst entwickeln, bevor ich wirklich das auf den Markt bringe, dass es nicht unbalanciert ist. Und ein bisschen Geduld haben, liebe Entwickler. Und dann ist es eigentlich wunderbar. Ich würde so gerne das Spiel spielen, das wirklich auch ein bisschen angepasst ist. Aber Action-Rollenspiel sind für mich immer zu unumgabend angepasst. Also man will eigentlich, ja, es immer viel besser haben. Und das, ja, ist natürlich schon nervig, wenn jetzt irgendwie Drifts braucht, oder, oder Maps, wie hier. Und zu sagen, das ist alles wirklich, das können die Entwickler machen, wenn sie wirklich das balanciert haben. Aber nicht so früh rausbringen. Die, 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 die Spieler wollen gar nicht so mega Höhen und Tiefen haben. Die wollen nicht eben wieder einen Gegner haben, den sie nicht besiegen können. Oder, äh, der einfach nichts wert ist. Wie zum Beispiel da diese Eiselementare, die nichts können, oder? Ja. Und dann würde ich ja eben die Items gar nicht so unterschiedlich machen, weil das macht eben diese Bronze-Schwierigkeiten aus. Du Items hast, die du, äh, gefunden hast durch Glück und die sind mega stark. Dann hast du ja auch wieder ein bisschen Langeweile, weil du zu stark bist. Und dann kommen wieder die Gegner, die dich umhauen. Und dann versuchst du wieder deine Items zu bekommen, das dich stärker macht und findest es nicht. Das ist halt immer dieses, äh, zick, zack, zick, zick, zack. Das ist ein bisschen nervig. Aber zum Beispiel die Gebiete, die sind so gut, dass ich sehe jetzt gerade wieder, dieses Gebiet macht hier mega Spass. Zwar sind die Gegner zu schwach geworden durch die Maps. Aber, äh, es macht mega Spass. So sollten wir weiter abbringen. Ich hoffe jetzt einfach, dass der achte Akt auch so ein bisschen, ja, schneller ist. Einfach mal die Performance. Wieso habe ich so Performance-Probleme in den neuen Gebieten? Ist die wirklich so schlecht gemacht, also performance-lastig, so schlecht designt, dass man Lecks hat? Also, schlechte FPS hat. Ist die FPS runtergegangen? Ich dachte, sie wären hochgekommen. Aber gut, sonst habe ich eigentlich 60er FPS, sag ich immer. Manche Gebiete, vor allem die neuen Gebiete, die machen Performance-Schwierigkeiten. Naja. Hauptsache, ich bin eigentlich wirklich noch glücklich über dieses Game. Das merkt noch da viele nicht, so denke ich mal. Aber mir macht das Spiel mega Spass. Ach, kommt, liebe. Das macht mir weniger Spass in dir. Minions immer meinen, sie müssen zwei Kilometer laufen bis zum nächsten Gegner, weil sie jemanden entdeckt haben. Hm. Also. Eben das Ende von Akt 7, das gefällt mir sehr. Sind zwar zu viele Eis-Gegner. Ich weiß nicht, wieso Entwickler eigentlich meinen, ja, sie müssen jetzt mal ein Colt-Gebiet machen oder ein Feuer-Gebiet und dann alles immer nur Colt-resistente Minions einfügen. Ich weiß es nicht. Aber sollte das nicht abwesendungsreicher sein, liebe Entwickler? Mal ein Feuer-Gegner dazwischen noch. Mach doch auch die Herausforderung an, wenn man jetzt nicht nur Colt-Resistenz für dieses Gebiet braucht, sondern auch Feuer-Resistenz. Das Gegenteil, zum Beispiel. Ja. Aber gut. Okay, der Angriff da sieht lustig aus. Was ist das für ein Angriff? Hm. So ein Aufreiß, also der Boden, der ist aus Erde, wenn er aufreißt, ist alles aus Eis. Ja, ist es natürlich nicht, aber es sieht cool aus. Also, dafür, dass es die Unity Engine ist, ist die Qualität der Grafiken und so, mäh, gut. Also da machen sich die Entwickler müde. Aber eben Balancing und so Item Management und so ist halt nicht so gut in diesem Spiel noch. Es wurde schon viel Bestes seit Anfang Beto, klar. Aber es gibt so viele Items, die einfach den Bild-Maker pushen und dann ist alles easy und bis man das hat, ist schwer. Und dann gibt es Seiten, die an dem Bild fast gar nicht pushen, die sollten nachbalanciert werden, natürlich. Und ich will endlich die deutsche Übersetzung. Auch wenn es nur Google-Übersetzung ist, hauptsache Deutsch. Ich mache mir echt nicht die Mühe, das vorzulesen und zu übersetzen. Ich brauche die deutsche Version. Man sollte eine Petition machen. Liebe Entwickler, sofort immer alle Sprachen übersetzen. Erst dann das Spiel veröffentlichen. Erst wenn ihr alles übersetzt habt, in jeder Sprache, dürft ihr die Spiele veröffentlichen. Aber langsam ist es einfach Mode. Ja, wir tun nur noch englische Games machen. Ist ja klar, die Leute werden immer wie intelligent, also sie können wie mehr englisch. Aber hey, muss denn wirklich jeder Zocker schon englisch können, um Games zu geben? Das ist so doof. Das ist doch so leicht zu übersetzen. Das würde ich wirklich, wirklich gerne machen, ein Spiel zu übersetzen. Von Deutsch ins Schweizerdeutsche zum Beispiel. Ich kann leider keine andere Sprache. Aber also ja, aus Englisch. Aber da würde ich jetzt nur nicht gerne dran hocken. Also es ist für mich noch ein bisschen zu schwer, Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Noemi, ich bin halt nicht ausgebetet. Aber die Menschheit denkt, ja, da, 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 schau mal. Da, ja, da sind alle Informatiker, die kennen Englisch. Und ja, dann machen wir halt die deutsche Version nicht. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach das Problem haben mit zum Beispiel Englisch. Und die sind dann mega im Nachteil. Und die kümmert sich ja nicht. Und deshalb, ja, die entwickeln werden halt immer viel fauler. Also sie wollen irgendwie weniger Geld ausgeben für Übersetzungen. Weil eigentlich für einen, der sehr gut Englisch kann und sehr gut Deutsch kann, ist doch eine Übersetzung kein Problem mehr. Er kann alles blind übersetzen. Nicht mal zu sehen, nicht mal zu hören. Mit Zeichensprache zum Beispiel. Kein Problem. Aber, okay, der, ja, den gibt es ja auch sehr viel in den Maps. Das ist einfach ein bisschen zu übertrieben, der Gegner. Also er macht von viel Schaden mit diesem Schliff. Wieso tun Minions diese Angriffe nicht ausweichen? Das ist das größte Problem. Minions sterben halt, weil sie, ja, die Angriffe ignorieren. Aber gut, das war leider schon der Akt 7 Endboss. Das ist schon fast ein bisschen schade, dass ich schon so OP bin. Aber was machen wir da mit dem Reepblutbeet, denke ich, sofort. Also ich hoffe, der hat dann genug Leben, um wirklich alles zu substanen. Das hat ihn betrifft. Schade kann ich nicht weiter hier. Wir müssen zurück nach Iberia. Äh, ja. Jirun, okay. Hat sie uns schon wieder über den Ding. Also, Alki ist ja gestorben im Akt 6 Ende. Das habe ich auch so nicht so mitbekommen. Also, er ist einfach umgelegen. Also, er wurde ja eingefroren. Dann ist er einfach liegen geblieben. Und ich dachte, der hätte überlebt. Und habe ihn in Akt 7 dann nie gefunden. Ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, er ist gestorben. Aber das Spiel zeigt es natürlich nicht so. Ah ja, jetzt ist diese Eisblockade weg. Hier oben rechts. Okay. Nice. So, dann machen wir noch den Anfang. Die ersten zwei, drei Maps vom Akt 8. Mal schauen. Vielleicht müssen wir jetzt wieder Zeit reisen. Jo. Ich hoffe, Marco ist Shadow kommt bald zurück. Das nehme ich jetzt momentan ein bisschen off rein. Seit einiger Zeit, ich hoffe halt. Also, nicht zu heftige Internetprobleme. Oder ist auch außer Haus und hat mir nichts gesagt. Weil mit ihm will ich ja dieses Roblox-Spiel machen. Das wird es wahrscheinlich nicht so die Qualität haben wie Last Epoch. Also, ich schaue, dass ich sehr interessante Features anbaue. Weil ich habe ja Zeit. Also, ich habe jetzt nicht immer so den Stress, immer alles zu veröffentlichen und so. Also, schon. Aber ich will es ja auch hochqualitativ veröffentlichen. Und bei Roblox muss man jetzt ja auch nicht immer alles verheimlichen und alles mögliche. Ich werde sowieso, wenn das Spiel jetzt wirklich umsetzbar ist, denke ich mal, schon. Eben. Sehr viel dran arbeiten und Livestream. Also, ich werde es live Livestreamen, wie ich das Spiel entwickle. Das habe ich mir so. Ich bin halt einfach sehr öffentlich. Also, ich kann nicht arbeiten unter Verschluss. Das geht nicht. Ich bin ja so expansionell. Also, sehr... Ich möchte einfach die Sachen, die ich mache, auch zeigen. Und, ähm... Sonst mappe ich einfach und irgendwann mal kommen sicher Leute, die sagen, ja... Ich möchte gerne mit dir weiter das Spiel entwickeln. Ich möchte dich anschließen. Ich gemischt dann um die Besetzung oder um die Sounds zum Beispiel, wo ich jetzt nicht unbedingt so gut machen könnte. Okay, er wurde Jamba gefangen, genau. Nein, er... Er ist jetzt hier verletzt, der Nordgott. Und... Er... Tretet mit ihm. Okay. Ja, jetzt müssen wir Lagon im Westen. Also, wir den Osten. Haben wir ja gesehen, dass er, ähm, sehr stark ist. Jetzt müssen wir in den Westen. Der, der... Ost ist ja diese... Ähm, dieser Phönix. Und... Diese ist der Nordgott. Das bekommen wir wahrscheinlich im neunten Akt, den Seedgott noch über. Und dann haben wir im zehnten Akt, den Ostgott, den wir besiegen können. Okay, er ist gestorben. Der Nordgott ist tot. Nein! Ja. Ich kann es schwer verstehen, dass er tot ist. Dass es passiert ist. Er wird gegen uns sein, aber wir versuchen jetzt mal den Westen Gott für uns zu kriegen. Aber der ist wahrscheinlich böser als böse. Das ist ein Piraten... Es ist eine... Ich weiß nicht, eine Krabbe oder so. Keine Ahnung, was es genau ist. Also, so kenne ich die jetzt die Lore noch nicht. Aber, ähm... Es wird ja auch immer wieder berichtet von dem... Ladenscreen. Und dort steht irgendwie eine Form einer... Das ist eine Siren? Das ist eine Frau? Nein. Pfff. Keine Ahnung. Die Performance ist grausam. Wieso laggt das jetzt gerade so heftig hier? Es ist immer noch Gebiet. Also, die Legs kommen nicht von eurem PC. Außer ihr habt einen zu schlechten PC für das Spiel natürlich. Sondern eher von Gebiet zu Gebiet. Also, jetzt legt es gerade momentan her. Ja, okay. Jetzt ist da wieder 34 FPS. Hm. Kann man leider nichts machen. Die Entwickler machen da die Probleme. Ja, das ist zu schwach. Das ist auch Minion Damage. Also, ja, bringt eigentlich nichts von Minion. Minion Damage bringt etwas, aber Gift bringt nichts ohne Minion. Das Minion zu sehen ist. Dodge, dodge. Zweimal dodge. Sehr gut. Hä, sind wir irgendwo anders rausgekommen? Das Gebiet hier hat sich verändert. Ja, ich denke, ja. Wir sind irgendwie von links gekommen und jetzt sind wir dann auch links gegangen, aber irgendwo anders herum. Äh, ja. Fragezeichen. Ja, gut. Hm. Fragezeichen. Ja, ja. Ah, jetzt sind wir... Äh, es ist... Okay, das Gebiet ist irgendwie ein bisschen gerüten. Nein. Wir sind wirklich den Weg auch zurückgegangen, aber irgendwie kürzer oder so. Also... Okay. Äh, mysteriös. Und jetzt müssen wir... Ja, da unten links irgendwo hin. Also. Es ist komisch, dass wir jetzt Ende Akt 7 noch weiter laufen müssen. Da hätte gedacht, wir müssen einfach irgendwo oben rechts, oder unten links, weil ja das schon zu sehen war. Unten links schon hin. Aber ne, man muss oben rechts hin. Und jetzt müssen wir... ... doch nach unten links hingehen. Ja. Okay, okay, aber nicht so schnell, ne, gell? Und die Strassenlimite halten. Diese Rasse immer. Heute wird gerütteln. Oh. Nice. Ich wusste gar nicht, dass es einen Rüstungsmord gibt. 60% der Hörde. Per Scharen. Ist natürlich auch wieder auf die Pyromenses-Skelette. Wow, interessant. Aber die Pyromenser, die werden fast nie gebufft. Ich weiß noch, die Entwickler wollen, dass wir nur Mages auf Feuer machen. Wow. Interessant. Wir vergessen völlig, dass es auch noch Pyromenser und Death Knights gibt. Aber wow. Und die Normalen werden auch nicht gebufft. Also wenn man sie gar nicht verstärkt, werden sie auch nicht gebufft. Ja, man merkt, dass die Entwickler mega in Zeitproblemen immer sind und immer wieder Sachen vergessen. zu buffen. Aber gut. Dann macht man halt Standard-Bits. Oh, langweil. Ne, aber eben die Pyromenser sind von Grund auf schon sehr stark. Also bei den Flammen bei den Pyromenses-Skeletten muss man sehr viele Items tragen, um sich stark zu machen. und bei den Pyromenser brauchen wir keine Items, sonst ist sie stark genug. Das ist sehr gut. Wow, der Lamm jetzt schon wieder. Nicht übertrieben. Goliath, der heisst Goliath. Gänge. Ja. Ich frage mich jetzt gerade genau, wie die Geschichte ging mit dem Goliath. Ähm. Genau, weil es ist natürlich nicht mehr so. Aber ich kannte sie in der Kindheit, also in der Jugend. und habe ich mich ja sehr für die Antike interessiert, für die Griechen und Spartaner und Römer. Ja. Also genau weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Geschichte ging. Einfach, dass man, dass er natürlich jeden besiegen konnte. Ähm. Also der Kleine, der, ähm, muss ich das echt nachschauen. Keine Ahnung vom Namen. Auf jeden Fall Goliath ist dann, ja, nicht so stark gewesen. Er war gross, aber nicht so stark. Auf jeden Fall. So. Ja, ein Mielenhafen. Die Parber. Sagt genau, was es ist. Hm. Sehr schönes Gebiet. Damage Reflected. Und gibt es mal Reflect-Gebietes und ich hoffe einfach, dass die Gegner nicht zu viele Reflect irgendwann mal bekommen. Das nervte mich schon immer in den Action-Rollenspielen. Das Reflect. Das ist so unausbalanciert bei Powerful-Wächser zum Beispiel. Man sieht den Gegner, ah, der Reflect. Merkt es zu spät. Boom. Tot. Hahaha. 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 Also Reflect sollte eigentlich in den Spielen gar nicht existieren. Das ist zu böse. Wow, jetzt wird er hier rechts herum. Na ja, die Lauf-Distanzen und so sind manchmal ein bisschen zu langer. Die sind manchmal ein bisschen zu verwinkelt, ohne dass die Gegner kommen. Ja, sehr verwinkelt. Bis man endlich wieder rauskommt aus dem Gebiet. Das mögen die Entwickler irgendwie. Schauen wir kurz dieses Gebiet noch an. Ja, machen wir die Zwischensequenz, wenn eine kommt. Das ist so eine Nachdenfüllungssequenz für den nächsten Akt. Ja. Wir müssen helfen. Wir müssen helfen. Ja, das machen wir noch kurz. Das ist, na. Schönes Fragezöchchen durchzunehmen. Welche Fackelgegner hat er überall wo die Fackel... äh, die Alternative Hoer? Ja, diese Avians gehen ein bisschen auf den Keks. Die waren ja anfangs ersten Aktes zahlreich. Dann, äh, anfangs siebten Aktes und jetzt sind sie schon wieder da. Sie sind ein bisschen zu oft da. So, die Papa Zivilian, die ist Helmy. Geh raus hier. Okay. Ja. Haben einen gerettet. Jetzt habe ich drei Aufnahmen. Ich muss mal hochladen. Wieder. Ich komme jetzt zwei pro Tag. Nächste Zeit. Nein, nicht so. Man hat doch keine Chance auf einer Brücke. Hey. Oh, gut. Direkt mal ein Ding. Ja, liebe Gegner, seid manchmal zu stark. Man kann doch den Langel nicht ausschalten. Schnell sind. Und dann noch so stark gleichzeitig. Ei. Gut, sind wir leider nochmals gestorben. Ja, sind wir heute nochmals gestorben. Das seht ihr dann im nächsten Part. Ja. Heute kommt noch ein Part. Also zwei pro Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Hier Hook.